Herzlich Willkommen liebe Freunde, Investor und Newcomer. Was geht denn ab Leute? Ich hoffe ihr habt einen angenehmen Start in diesen etwas kühlen, nassen, aber den letzten Tag dieser Woche. Das Wochenende steht wieder vor der Tür Leute. Die ganzen Bedenken, die wir am Wochenende bzw. das letzte Wochenende hatten, sind jetzt erstmal vorbei. Es gab ja in den USA ein verlängertes Wochenende aufgrund des Martin Luther Kings Days und wir mussten halt warten, bis Dienstag die US-Institutionellen auch anfangen konnten zu verkaufen bzw. zu traden und Bitcoin hat sich gehalten. Wir haben diesen Thought gehabt von der Department of Justice in den USA, weil sie eine große Announcement gemacht haben. Ihr wisst es ja, wir haben im Livestream am Mittwoch auch darüber gesprochen und viele hatten da Angst, wen werden sie jetzt wohl untersuchen und was war das, Bitzlato oder wie hieß das Ganze? Irgendeine unbedeutende Exchange, die hauptsächlich im russischen Bereich genutzt wird. Viele haben gedacht, das wird wahrscheinlich Binance sein. Der FTT-Token ist hier stark nach oben gegangen Leute. Warum? Darauf gehen wir gleich ein, ganz kurz. Und der Nexo, der Nexo-Token auch. Ihr wisst ja, es gab ja eine Razzia mit über 300 Polizisten bei Nexo. Also, es wurde ihnen vorgeworfen, dass sie Geldwäsche begünstigen würden, weil es da jemanden gab, der eventuell in Verdacht stand, Geldwäsche zu betreiben und das Ganze dann über Nexo. Da hat der CEO auch schon gesagt, Mensch, ich befinde mich hier in einem korrupten Land. Rumänien, wenn ich mich nicht irre. Und das kann passieren, dass man hier erstmal so aggressiv vorgeht. Aber es gab auch noch einen anderen Grund, warum der Token hier so gestiegen ist. Darauf gehen wir gleich ein. Meiner verkaufen Leute. Schauen wir uns das auch mal gleich an. Und es gibt ein, zwei interessante Metriken, die wir uns angucken können. Und am Ende gucken wir uns mal an, was am Wochenende hier auf uns zukommen kann. Okay Leute, tauchen wir ein. John Ray, der jetzige CEO von FTX, sagt, dass die Operation bzw. der Betrieb bei FTX eventuell wieder aufgenommen werden kann. Und da stellt sich jetzt die Frage, wer wird den FTX noch vertrauen, Leute? Das ist auch der Grund, warum der FTT-Token jetzt erstmal hochgegangen ist. Ich denke mal, einige spekulieren, dass der Betrieb wieder aufgenommen wird, dass super viel Vertrauen da ist, alle ihre Gelder dort wieder hin transferieren und normal traden werden. Ich weiß nicht, ob das auf so eine Resonanz stoßen wird, so wie viele das jetzt erwarten. Ich würde nicht einen einzigen Cent dorthin transferieren. Das Vertrauen meines Erachtens nachher ist weg. Und wenn sie es schon einmal gemacht haben, warum soll es nicht noch einmal passieren? Beim Kryptoländer Nexo kam es auch zu einer 45 Millionen Strafe, die sie an die SEC zahlen mussten. Und es ist jetzt auch wieder okay. Es wurde ihnen vorgeworfen, dass sie eventuell Securities verkaufen. Hey, jetzt zahlen wir einfach mal 45 Millionen und alles ist wieder gut. Jetzt ist der SEC das egal, ob sie Securities verkaufen oder nicht. Was ist denn? Das Problem ist noch nicht gelöst. Ja, wir glauben, ihr habt jetzt Aktien verkauft. Wir zahlen euch mal jetzt eine Strafe von 45 Millionen. Okay, dann habt ihr halt keine Securities mehr verkauft. Ich weiß nicht, wie heuchlerisch die SEC hier angeht, aber der US-Kongress muss einfach einschreiten und irgendwas dagegen machen. Das kann einfach nicht wahr sein, was die andauernd abziehen. Ich habe euch diesen Chart auch schon mal gezeigt gehabt. Michael Burry, wer ihn nicht kennt, googelt mal. Ihr werdet schon verstehen, wer das dann ist. Es gibt Filme über den guten Mann. Schaut euch das mal an. Das sind die Kreditkartenschulden in den USA. Und das sind die Ersparnisse hier im Grünen der Bevölkerung. Wir haben ein extremes Tief bei den Ersparnissen erreicht. Und Kreditkartenschulden gehen höher und höher. Es wird behauptet, ja, die Wirtschaft wird wieder hochgehen. Der S&P 500 steigt ja, der Dow Jones steigt ja und es geht uns allen gut. Nein, Leute. Indem sie Inflation bekämpfen, führen sie das Land in eine Rezession. Und wenn wir dann solche Daten hier sehen, dann weiß ich nicht, wo das Geld herkommen soll, wie die Wirtschaft belebt werden soll, wenn der Endverbraucher letztendlich so gut wie kein Geld mehr hat, um zu konsumieren. Für wen sollen dann Produkte hergestellt werden? Dann kommen auch keine Aufträge mehr bei den Produzenten an. Und dementsprechend geht das Land und wahrscheinlich auch global gehen wir alle in eine stärkere Rezession. Gestern bei Davos setzt sich Jamie Dimon dahin und sagt, Bitcoin wäre nur ein Hyped Up Fraud. Und dass Kryptos dezentralisierte Ponzi-Sheems wären und sie seien Petrocks. Auf der anderen Seite sagt er aber auch, hey, 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 versteht mich nicht falsch, weil gesagt worden ist, dass Blockchain-Technologie und alles, was hier hinter Bitcoin steckt, da sagt er, nein, versteht mich nicht falsch. Blockchain-Technologie bzw. Distributed Ledger Technologies findet er gut. Er meint, das nutzen wir sogar selber. Wir werden Services drauf aufbauen, aber generell ist Bitcoin nichts. Es ist ein Fraud. Und er sagt auch, ja, wer sagt euch denn, dass es auf 21 Millionen begrenzt ist? Wenn wir die 21 Millionen Bitcoins erreicht haben, erscheint auf einmal ein Bild von Satoshi und sagt, haha, also es ist witzig, wie er hier an die Sache rangeht. Ich denke mal, viele, viele Menschen werden sich das anschauen. Der CEO von JP Morgan Chase, wenn er solche Behauptungen aufstellt und sagt, viele, viele Milliarden wurden hier verloren. Und ja, was wird wohl passieren? Der Großteil der Bevölkerung guckt sich das an und sagt, ja, ja, der hat Recht. Also wenn der JP Morgan CEO das sagt, dann ist wohl Bitcoin und Krypto Müll. Es wird weiter in diese Richtung gehen, Leute. Ford wird weiter verbreitet werden. Wir werden weiter einkaufen, je stärker die Preise fallen. Und wir werden dann sehen, wer Recht hat am Ende. Ein Miner hat angefangen zu verkaufen. Er hat hier 3.357 Bitcoins in eine Exchange transferiert. Die Bitcoins sollen nach Binance geschickt worden sein, aber es sind Derivateverkäufe, die sie hier gemacht haben. Wissen sie eventuell etwas, was wir nicht wissen? Ich konnte aus diesem Tweet hier jetzt nicht herausfinden, ob das Shorts oder Longs sind, auf die sie hier traden im Derivatebereich. Aber auch wenn, die 3.357 Bitcoins sind jetzt keine dramatische Zahl, um den Markt hier stark zu bewegen. Wir haben ein weiteres All-Time-High erreicht bei den zweijährigen Bitcoins, die nicht bewegt worden sind. Also fast 50% des Bitcoin-Supplies, Leute. Fast 50% des Bitcoin-Supplies. Das sind 9,3 Millionen Bitcoin, die wurden in den letzten zwei Jahren nicht bewegt. Und wie ihr sehen könnt, geht das ziemlich steil nach oben. Der Spike geht hier richtig hoch. Wie ich schon in der Vergangenheit gesagt habe, die Bitcoins, die in den All-Time-High-Bereichen nicht verkauft worden sind, die werden wohl hier unten auch nicht verkauft werden. Das, was sich hier bei Bitcoin bildet, ist ziemlich interessant. Wir haben hier so eine Double-Button-Struktur, die wir hier gebildet haben. Letztendlich, so nennt man auch manchmal ein W-Pattern. Auf der anderen Seite bildet sich aber auch gerade ein Cup-and-Handle-Pattern, wie wir hier sehen können. Wenn dieser Cup-and-Handle-Pattern hier aufgehen sollte, schauen wir mal, in welche Richtung wir dann gehen können, wohin der Preis gehen sollte. Ich weiß, das ist jetzt nicht allzu genau, aber wir haben ungefähr dann ein Verständnis davon, in welche Richtung der Preis gehen könnte. Wir würden dann auf Preisniveaus von 28.000, 29.000 gehen. Das wären diese Bereiche hier. Das wären diese Bereiche, die wir antesten würden. Fragt sich halt nur, wann. Erstmal müssen wir den hier knacken, dann müssen wir die 25.000er-Marke knacken. Ich denke mal, das sind die ersten wichtigeren Schritte, vor allem diese 25.000er-Marke. Wenn wir dann hingehen sollen und dieser Cup-and-Handle-Pattern aufgeht, ja, dann könnten wir eventuell hier in diese Bereiche gehen und dann erstmal stärkere Resistance hier in diesen Bereichen sehen. Dann wollen wir mal sehen, was uns am Wochenende erwartet, Leute. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir sehen uns erstmal heute Abend beim Livestream und Crypto Heroes out! Ich bin sehr, sehr gespannt.